Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Toreno, du Penner, ey, ganz ehrlich. Ich hätte abgeknallt. Ich hätte abgedrückt, manch. Ich hätte ihn erschossen. Oh ja, aber nicht in dem Wagen. Oh, in so einem. Schwarz sogar noch. Also, wie die Farbe und nicht wie der Ausdruck halt. Schon sagt. Dann holen wir ihn mal ab, würde ich mal sagen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich die Karre schrotte. So wie alles hier. Hey, da war doch gerade ein Flugzeug. So, das Flugzeug. Ich kann ja natürlich auch mit dem Flugzeug abfahren. Das geht noch schneller. Komm, lass mal machen. Komme ich da hoch? So, ohne weiteres. Ich hoffe es doch. Ich glaube nicht. Oder? Hui. Ich guck gerade mal, ob ich da hoch kann. Warte mal kurz. Bruder. Ich komm da hoch. Ah, guck mal da. Hehehe. Oh, wie niedlich. Nein, keine Musik hier. Keine Musik hier. Keine Musik hier. Keine Musik hier. Denn wir holen jetzt unseren Bruder ab. Von der City. Oh, das Ding lässt sich echt gut fliegen. Frage ist, ob wir nur da landen können. Ah, ich denke, das kriegen wir hin. Mit Cuso drehen, ne? Ja. So, irgendwo hier unten. Irgendwo halt. Ah, egal. Ich fliege da jetzt mal da. Okay. Dann müssen wir nochmal vorsichtig gehen. Ist doch nicht schlimm, oder? Wenn ich da so mal lande. Perfekte Landung. Du brauchst dein Fahrzeug um Sweet abzuholen. Komm. Ey. Wie wär's denn damit? Hat jemand gesehen? Nehmen wir das Fahrzeug. Das ist doch wunderschön, um ihn abzuholen. Dann holen wir ihn mal ab, ne? Sweet. What's up, bruh? Hey, what's up, man? How you doing, bruh? I'm alright, man. Hey, man. We are to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work. And shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey, man. Let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator. Runnin' from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? That's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got off the hood, shit been cracking. That's everybody's dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. Alright, man. You hard. I'm going to show you what's going on in the hood. LOL. Of course. Fahrstreetzhaus-Glorus-Diet. Ey, we're back as well as at home. I feel like that. That's beautiful. That's beautiful. That's wonderful. Naja, kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Außer, dass ich jetzt noch ein bisschen rumdrive. Und drifte. So. Da sind wir auch wieder. Ha! Kommen wir, alte Zeiten, ne? Na komm. Hallo. So. Das ist mal, mal gucken. Yo, 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 what about this blender? It's really good. It's, it's, it's not the way. Yeah, what the fuck? That's mom's blender. Look like baseheads and took over the spot. Let's go home. This is home, man. Get these fuckers out of mom's house. You was born in there. Damn. Egal, der Crack-Dealer an deinem Viertel, damit deine Gang gesund bleibt. Wenn ein Gang-Modic-League von Crack total abgefuckt ist, ist er keine Hilfe für dich. Überere das Viertel. Na? Hey, I'm out of your face, boy. Take that fool out. Hey, yo, get the fuck, man. Goldstreet are slipping, man. Meinst du? Come on, man, keep up. Du, attack that motherfuckers. Ein Bandenkrieg, am Arsch, hab ich ein Bandenkrieg. Shut that fool up. Oh, oh. Hallo. Ich brauche eine Deckung. So gut wie tot, Junge. Hey, over here, come on, keep up. Ich glaube, ich bin tot. Ja, das bin ich. Ich, äh, hätte das nicht tun sollen. Ich hätte nicht meine Waffe gezückt. Naja, gut, dann wissen wir ja Bescheid, worum es in der nächsten Folge, äh, in der nächsten Folge geht. Nämlich um genau sowas, äh, hier wie, mhm, Knicht mit der Pistole auf einen, auf so einen schizieren, glaube ich, oder? Das ist ein dummer Fehler. Ja, was können wir noch machen, um uns die Zeit zu vertreiben? Ein paar Sachen halt. Oh. Hoppala. Wir machen Bungie. Wir machen einfach ein paar Stunts. Wuhuuu. Wuhuuu. Ha, ha, ha. Das ist so sinnlos. Ah, warte, vielleicht steht hier ein Fahrrad. Und dann machen wir wirklich Stunts. Tchuuu. Boom. So. Ich mache jetzt ein paar Stunts, weil ich es kann. Widget-Taste macht mir nochmal so. Ne. Ah, ja. Wuhuuu. Wuhuuu. Schön. Das macht Spaß. Warte, jetzt habe ich es. Boom. Wuhuuu. Oh, aber da geil. Komm, gib Gas. Wuhuuu. Das ist der Wahnsinn. Wuhuuu. Warte, das ist so eine Halbpap, die will ich jetzt mal ausprobieren. Na, komm. Hallo. Ah ja, ich kann ja noch Speed Game, hatte ich da vergessen alles. Hui. Hey, das funktioniert wirklich. Lol. Aber jetzt mit Vollgas. Und mit einem Tacho. Boom, Junge. Okay, danke fürs Zusehen. Ich würde sagen, mehr passiert auch nicht. Dieser Vollgas. Außer es ist auch ein paar Stunts, die ich gerade mal ausprobieren wollte. Aber naja, ich danke mich wie immer fürs Zusehen, weil ich es kann. Boom. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. mãi.